Die Weinlese läuft, die Schule hat wieder begonnen, wir starten Richtung Herbst. Hallo und herzlich willkommen zur Frankenschau am Sonntag. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute geht's bei uns um diese Themen. Endlich durchatmen, Fortschritte bei Mukoviszidose. Wohnen im Denkmal zwischen Mittelalter und Moderne. Viel mehr als nur Gemüse, neues Leben in alten Gewächshäusern. Blütenpracht und Kunstgenuss, der Traumgarten im Coburger Land. Verfolgungsjagd mit Helikopter unter fränkische Polizisten in den USA. Um uns herum finden sich viele Viren und Bakterien, auch in der Luft.